Herzlich willkommen zu diesem Video aus dem Videozyklus zum Arbeitsblatt zu den Summensätzen für die Winkelfunktionen. In diesem Video schauen wir uns die Herleitung von einem der Summensätze an, nicht nur von dem Sinus. Wir brauchen daher die Definitionen für die Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck. Zur Wiederholung, der Sinus ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse, der Kosinus ist die Ankathete durch die Hypotenuse und der Tangens ist die Gegenkathete durch die Ankathete. Wenn du dir jetzt ein bisschen unsicher bist, dann empfehle ich dir, dass du dir nochmal das Arbeitsblatt Ähnlichkeit und Winkelfunktionen anschaust. Da habe ich nämlich auch diese Grafik her. Beziehungsweise ich habe zu diesem Arbeitsblatt auch einen Videozyklus produziert, auch den kannst du nochmal durcharbeiten, wenn du möchtest. Wenn du dir dann wieder sicher bist, kannst du hier zurückkommen und hier weitermachen. Außerdem brauchen wir die Flächenheitsformel von einem Dreieck. Einerseits A ist gleich HC mal C halbe, also eine Seite mal die Höhe auf die Seite durch 2 und andererseits A mal C mal Sinus Beta halbe. Also eine Seite, eine andere Seite mal den Sinus von dem Winkel, den sie anschließen, halbe. Wo kommen die her? Auch dazu habe ich mir ein Kasselstibitzt und zwar vom Arbeitsblatt Allgemeines Dreieck. Zu diesem Arbeitsblatt gibt es auch einen Videozyklus. Auch das kannst du dir nochmal anschauen, wenn du das genauer bearbeiten möchtest. Ich erkläre trotzdem schnell, wo das herkommt. Und einerseits die erste Formel, kann man sich überlegen, hier ist ja so ein Rechteck eingezeichnet, so mit einer gestrichelten Linie. Und dieses Rechteck hat die Fläche C mal HC, also einfach Länge mal Breite. Und das Dreieck, was hier in Grau eingezeichnet ist, hat ja die halbe Fläche von diesem Rechteck. Deswegen C mal HC halbe. Wo kommt jetzt die andere Formel her? Naja, wir können ja hier Beta einzeichnen. Und wir können uns überlegen, dass der Sinus von Beta, wir haben gerade gesagt, Sinus ist Gegenkathete durch Hypotenose. Also in dem Fall, Sinus von Beta ist gleich HC durch A. Und wenn wir das umformen auf HC, dann haben wir HC ist gleich A mal Sinus Beta. Wie hilft uns das? Naja, wir können das HC, also diesen ganzen Term hier, da oben einsetzen. Und dann kommt raus, A mal C mal Sinus Beta, halbe. Das heißt, wir haben gezeigt, wo diese beiden Formeln herkommen. Die brauchen wir jetzt. Was machen wir in diesem Video? Wir wollen den Summensatz für den Sinus herleiten können. Okay? Dann schauen wir uns mal an, mit was wir das zu tun haben. Das ist das Kassel, das wir bearbeiten. Das ist am Arbeitsplatz, einfach ganz unten. Und ich habe das jetzt zweiteilt, zweiggeteilt, weil ich habe den Platz sonst am Bildschirm nicht habe. Und gleich die Situation, wir haben ein Dreieck, das ist in zwei Teile geteilt. Also A1 auf der linken Seite, A2 auf der rechten Seite. Und wenn du genau schaust, dann siehst du, dass die Höhe von diesem Dreieck 1 ist. Okay? Und wir sollen jetzt, oder du sollst jetzt, die vier Seiten, die hier, also die eine Seite, die andere Seite und die zwei Teile von der unteren Seite, beschriften und ausdrücken durch Alpha und Beta. Und dann, wenn du das hast, sollst du A1 und A2 durch Alpha und Beta ausdrücken. Wie immer gebe ich dir drei Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren, damit du mehr Zeit hast zum Nachdenken, vielleicht nochmal zurückblättern kannst, nochmal irgendwie dir was überlegen kannst. Und wenn du bereit bist, dann kannst du wieder das Video fortsetzen und ich zeige dir, wie ich das gemacht hätte. Also, drei Sekunden, ab jetzt. Sehr schön. Also, die erste Beobachtung, die wir machen, ist, Beobachtung, das erste, was wir uns zu Herzen nehmen, ist, dass der Tangens, die Gegenkathete, geteilt durch die Ankathete ist. Wenn wir uns überlegen, was der Tangens von Alpha ist, dann ist es ja die Gegenkathete, also der Teil da unten, geteilt durch 1. Das heißt, wir wissen, dass dieser Teil hier Tangens von Alpha ist. Und ich mache hier Klammern. Das ist ja vollständig, aber selbstverständlich auf der rechten Seite. Tangens von Beta ist diese Länge geteilt durch 1. Naja, wenn ich diese Länge durch 1 dividiere, dann ändert sich nichts. Wie schaut das jetzt für die anderen beiden Seiten aus? Wir wissen, dass der Kosinus die Ankathete durch die Hypotenose ist. Die Ankathete ist jetzt aber wieder 1. Das heißt, wir wissen, dass dieser Teil hier 1 durch den Kosinus von Alpha ist. 1 dividiert durch 1 durch den Kosinus. Ja, Doppelbruch auflegen. Dann kommt der Kosinus nach oben. Und ja, also Kosinus von Alpha ist 1 dividiert durch 1 durch Kosinus. Also Kosinus von Alpha ist 1 durch diese Seitenlänge. Und auf der rechten Seite gehen wir dasselbe. 1 durch Kosinus Beta entspricht genau der Länge von dieser Seite. Seltses Argument. Der Kosinus von Beta ist 1 dividiert durch diese Seitenlänge. Naja, diese Seitenlänge muss 1 durch Kosinus Beta sein. Wie hilft uns das jetzt für die Flächeninhalte? Naja, A1 ist ja der Tangens von Alpha, also diese untere Seite hier, mal der Höhe. Und die Höhe ist aber 1. Das heißt, ich habe hier Tangens von Alpha mal 1 und die Hälfte davon, weil das war die Tracksformel. Und das mal 1 schreibe ich jetzt gar nicht hin. Das ist Tangens von Alpha mal 1 halbe. Und analog auf der rechten Seite, da habe ich Tangens von Beta halbe. Okay? So, das blende ich jetzt wieder aus. Für die, ja, damit ich halt den Seitenlär von dem Kassel anzeigen kann. Das schaut dann so aus. Und nur damit wir uns das besser vorstellen können, blende ich hier nochmal die Ergebnisse von vorher ein. Also wo wir die Seitenbeschriften haben müssen. Was ist das nächste zu tun? Im dritten Schritt sollen wir die trigonometrische Flächenformel anwenden, um unseren Flächeninhalt für A1 und A2, also für das ganze Dreieck, auf einmal auszurechnen. Also nicht einfach zusammen addieren, sondern wirklich diese Flächenformel verwenden, die ich vorher ganz am Anfang erklärt habe. Und dann sollen wir diese beiden Ergebnisse zusammenführen und damit den Summensatz herleiten. Na gut. Dann gebe ich dir jetzt wieder 3 Sekunden Zeit, damit du das pausieren kannst und machen kannst. Du weißt eh, wie das funktioniert. Also, 3 Sekunden ab jetzt. Na gut. Trigonometrische Flächenformel. Wie war denn die? Naja, das war eine Seite mal der anderen Seite mal den Sinus vom eingeschlossenen Winkel geteilt durch 2. Und die eine Seite, die wir uns jetzt anschauen, ist 1 durch Cosin minus Alpha. Die andere ist 1 durch Cosin minus Beta. Und den Winkel, den die beiden Seiten, also diese Seite und diese Seite, den die anschließen, ist ja genau, ich lasse das wieder weg für die Übersicht, Alpha plus Beta. Also das ist ja dieser Winkel her. Und, naja, dann schreibe ich das mal hin. Also, die I, ich, das, durch 2 schreibe ich vielleicht ganz einen Anfang. Okay? Und dann kommt die eine Seite. Na ja, die eine Seite ist 1 durch Cosin minus Alpha. Das heißt, hier steht 1 durch Cosin minus Alpha. Und ich schreibe einfach Cosin minus Alpha gleich unten hin. Mal die andere Seite, das ist wieder 1 durch Cosin minus Beta. Und auch da kann ich den Cosin minus unten hinschreiben. Mal, und das kommt jetzt oben hin. Den Sinus von dem Winkel, der eingeschlossen wird von diesen beiden Seiten. Der Winkel, der eingeschlossen wird, ist ja Alpha plus Beta. Also steht hier oben Sinus von Alpha plus Beta. Okay? Und, was bringt uns das jetzt? Na ja, jetzt haben wir auf zwei verschiedene Arten den Flächeninhalt ausgerechnet von diesem großen Dreieck. Und das können wir gleichsetzen. Das heißt, ich kann hier das mal abschreiben. Sinus von Alpha plus Beta durch 2 mal Cosinus Alpha mal Cosinus Beta. Also das ist wirklich A1 plus A2. Das ist der Flächeninhalt von dem ganzen Dreieck. Ist gleich. Aber das ist auch, ich kann den Flächeninhalt auch ausrechnen, indem ich A1 ausrechne und dann A2 ausrechne und die einfach zusammenzähle. Und von vorher wissen wir, dass A1 gleich Tangens von Alpha geteilt durch 2 ist. Und wir wissen, dass A2, also durch da dazuzählen, gleich Tangens von Beta durch 2 ist. Also was habe ich hier gemacht? Ich habe A1 plus A2 gerechnet. Und A1 ist Tangens von Alpha durch 2. Und A2 ist Tangens von Beta durch 2. Na gut, hier kann ich jetzt Cosinus Alpha und Cosinus Beta auf die andere Seite bringen. Und vielleicht eine kleine Notiz. Der Tangens ist ja der Sinus geteilt durch Cosinus, okay? Also von irgendeinem Winkel. Einens von Alpha vielleicht. Das brauchen wir jetzt. Weil ich kann hier mal 2, der 2R, der geht sich sowieso überall weg. Mal Cosinus Alpha mal Cosinus Beta. Okay? Und was bekomme ich dann? Dann habe ich Sinus von Alpha plus Beta. Hey, das scheint schon so aus wie das, was wir eigentlich ausdrücken wollen. Ist gleich. Der Tangens, haben wir gesagt, ist Sinus durch Cosinus. Das heißt, ich schreibe den Tangens von Alpha, schreibe ich hin Sinus von Alpha geteilt durch Cosinus von Alpha. Das ist nur der Tangens. Der 2er kürzt sich weg, weil wir hier mal 2 rechnen. Und wir bleiben noch mal Cosinus Alpha mal Cosinus Beta über. Also mal Cosinus Alpha mal Cosinus Beta. Plus, dasselbe in grün. Den Tangens von Beta kann ich ausdrücken als Sinus von Beta. Dividiert durch den Cosinus von Beta. 2er kürzt sich weg. Und ich habe wieder mal Cosinus von Alpha mal Cosinus von Beta. Okay? Naja, was sehen wir jetzt? Wir sehen, dass wir hier noch etwas wegstreichen können. Nämlich im ersten Term streitet sich ja hier der Cosinus, den wir rübergebracht haben. Mit dem Cosinus, der sich aus dem Tangens ergibt, weg. Und im zweiten Term, im zweiten Summanden, passiert das gleiche, nur mit dem Cosinus von Beta. Das heißt, was bleibt uns über? Uns bleibt genau das über, was wir zeigen wollten. Wir sehen, wir haben Sinus Alpha mal Cosinus Beta plus Sinus Beta mal Cosinus Alpha. Also genau diesen Term. Den schreibe ich jetzt nicht nochmal hin, aber ich hoffe, es ist klar. Danke fürs Mitmachen. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.